Dann mal los! Schneeball. Here we go. Ich hab da auf den Meister gestellt. Oder hab ich nicht? Ich hab da auf den Meister gestellt oder nicht? Agent 47 und ihre Handler, Diana Burnwood, sind die Welt's top Assassins, die für die ICA arbeiten. Dianna schreit die Diana. His Request, track down and eliminate the Shadow Client. In Return he offers something irresistible. The truth of 47's lost origins. Ich weiß nicht, dass der Mann, den sie hüten, ist 47s Kindheitsfreund. Und nicht als 47 erinnert er alles. Ich weiß nicht, dass der Mann, den sie und ihre Team stecken. Es ist nicht so, dass wir die Militia in der nächsten Strecke planen. Reynot ist eine der Schädel-Klienten von den Schädel-Klienten, aber sie ist nicht so. Nicht so. Sie ist sicher auf unserer Schädel-Klienten. Aber für heute ist es die Informationen, die wir suchen. Wir füllen die Haus, und uns eine Leid auf den Schädel-Klienten. Auf für etwas B&E, 47. Auf mein Weg. Glockenzeichen ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war's für heute. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Oh, no, we got you. So, uh, when are you going to tell the house about me? When am I one? You know what I mean. Welcome home. So, yeah. 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 Wenn du schiepst wieder? Was? Ich sagte, wann du schiepst wieder? Oh, ich sollte mit der Team in Riga sein. 5 Tage später? Ich habe keine Ahnung, was die Mission ist, oder was meine Team-Mate sind. All diese Secrecy starten auf meine Nerven. Du kennst das Boss. Belt-and-suspender kind of guy. Ich weiß nicht. Und auch du. Das ist mein Punkt. Ich kenne mich sehr, aber wie ich sage, ich möchte wissen, wer ich für meine Leben riskieren. Du kennst warum. Die resten sind Details. Es ist leicht für dich zu sagen. At least, du bist in der Lübe. Ich nehme orders, wie du. In fact, der Boss me aus der Lübe. Ich weiß nicht, wer die anderen Cellen sind. Compartmentalisation ist wichtig. Ja, ich denke. Das ist Sean. Ich denke. 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 Ich habe eine vorherrschung. Ich habe eine vorherrschung. Das ist gut für die Blutklau. Ich denke. Bingo! Bingo! Target down. Well done, 47. Now get off the property. Also... ... ... ... ... ... ... ... Das ist ein negativ. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Bis zum nächsten Mal.